Das ist eine Freizeit. Jetzt haben wir noch die letzten paar Druckhalter. Da gibt es dann auch noch ein paar. Ja klar, die letzten. Genau, aber nachher im April. Ja. Das ist dann ein bisschen ruhiger. Und im Mai haben wir dann wieder Baustelle. Ah, jetzt warten wir dort hin. Oh, das ist die andere. Jetzt ist es so, habe ich gesehen. Ja. 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 Ja.